so leute willkommen zurück zu final fantasy 15 und wenn ihr euch fragt warum ich auf einem warum ich auf einer hier stehen der grund ist dafür ich konnte euch hier nicht speichern weil es ja eine story bedingt also nicht story bedingt ein missionsgebiet ist und darum konnte ich nicht speichern darum bin ich weg gegangen also nicht wundern ich habe nicht weiter gespielt und ich weiß immer noch nicht wie die erkennungsmarke ist also ja alles dann lustig also nicht böse stimmt mal moment mal ich könnte auch mal was ausprobieren das hat ich nämlich noch nie probiert 25 schon ich möchte mal was probieren was ich noch nie in meinem spiel äh hä waren da nicht gerade 25 äh ok gladias dankeschön denn ich wollte eine andere spielmodus nehmen moment mal stimmt einstellung kampfmodus warten das will ich testen dann testen wir das mal und jetzt ich weiß wirklich gar nicht was ich tun soll ok das ist so wegen wartemodus und ja ich kapiere wirklich gar nichts hier äh hallo wir können auch immer so spielen eigentlich ok taktik vorbereiten zeit ok und dann würde ich sagen jetzt wäre 23 dann schreich nicht genug fp ne haha genau so was jetzt 24 ah gut ähm es sind 44 solange moment äh 68 82 und ähm 106 punkte also 105 punkte brauchen wir noch äh ja so ey das so gefällt es mir nicht besser hm was wollen wir machen oh also tut mir leid Leute dass ich kurz mal leise bin aber so gefällt mir das spiel besser ich weiß nicht warum aber das ist irgendwie taktischer ok oh das ist ein neuer gespawnt so jetzt stirbst du aber dankeschön der mal brecher dankeschön glade weil ich habe noch nie das so gespielt und ich kapiere jetzt wirklich gar nicht äh weg weg okay eigentlich wäre das gut für später aber später bekommen wir einen Sniper und da können wir richtig zielen oh wartet mal oh oh ich seh das gerade gut du bist tot ähm ich mach lieber nicht das das ist blöd ja so ist besser nämlich ja das tut mir leid ich wollte nämlich was testen also ihnen ist nicht böse sein sonst werde ich böse ist vielleicht hier oben eins schön dass ein Kumpel von mir ein Partyball getreten ist ah hier haben wir es perfekt okay und was steht da drinnen Snake wird niemals sterben Metagier gut okay dann würde ich sagen ride in let's go let's go and versuchen wir mal weiter zu machen okay dann würde ich sagen zurück zum Auto Auto oh schon 16 Uhr verdammt welche Mission wollen wir jetzt machen du musst ein bisschen Ausdauer machen darum verschwende ich deine Ausdauer jetzt schon ne ride in tut mir leid ride in das wollte ich nicht der ist klein guck mal wie groß er ist eigentlich gut vier Minuten ähm oh eine Minute das können wir jetzt schnell machen alles in Ordnung ja gut dann machen wir so Missionen nacheinander fertig damit wir nicht immer hin und zurück müssen und damit wir schon mehrere Wege schon fertig haben okay so lange haben wir keine neue Mission super für uns ein Kilometer noch ein Kilometer noch gut hi würde ich sagen weiter geht's oh ah wie geil wie geil sieht das denn aus und WTF 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 was ist wow it's beautiful ja mhm das stimmt wohl oh Moment ist das ein Mond oder die Sonne ne das ist die Sonne ne das ist die Sonne glaube ich die sieht unrealistisch irgendwie aus aber gut nichts kann perfekt sein wirklich nothing gut oh wo müssen wir jetzt hin ja dann sehen wir uns mal um damit ich heute ein bisschen leise bin aber naja ich habe heute ein bisschen Kopfschmerzen wegen der Hitze und naja lieber gameplay konzentrieren anstatt ein bisschen mehr labern lecker bohnen und warum bin ich hier ausgestiegen noch das schämst du dich ja okay wenn wir es so machen kann wie soll ich das denn machen oh nein ich bin verwirrt ich bin verwirrt ja wow dankeschön ich läufe gerade in gegensätzliche Richtung aber okay jetzt schau ach 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 mir ist das egal mir ist das egal tut mir leid das ist ja gleich und feier hier zu schmerzveränderungen natürlich nicht ach man alle sind verwirrt also ich okay jetzt seid ihr tot so endgültig oh hä okay Taka, Bericht erstatten. Nee. Wir laufen noch ein bisschen weiter. Und erkunden die Nacht. Ähm, Ryden? Ach, da bist du. Okay. Dann würde ich sagen, weiter geht's zu unserem Auto. So, und dann zum neuen Quest. Komm. Stopp. Oh, dankeschön. Und dann würde ich sagen, oh ja, automatisches Fahren, Aufgabenziel. Was nehmen wir wohl? Hm, das ist wohl am wenig. Moment mal. Eine neue Quest. Da? Okay. Dave bestimmt, ne? Nein. Wer ist? Ne, na wie? Ah, der Angler. Ah. Können wir auch übernachten eigentlich? Äh, lol, was ist denn das? Okay. Hm. Okay. Okay. Einfach weiterfahren. Gut. Oh nein. Oh nein. Schlechte Musik. Für mich. Oh, was ist das denn? Ah. intگ. Äh. Oh, was ist das denn? Ja. Oh, was ist das denn? Oh. Oh, was ist das denn? noch und über was soll ich reden eigentlich. Komm ich mach mal kurz Vollspeed, könnt ihr auch bestimmt hören jetzt. Fahr bisschen schneller. Fahr bitte schneller. Dankeschön. Alter. Ignis. Und du ganz konzentriert? Oh da hinten verfolgt uns ja jemand. Wer das wohl ist? Bestimmt ein Spionageagent. James Bond. Nein Spaß. Hm. Oder Hitman. Hm. Alter. Das sieht jetzt genial aus. Oh. Wir fahren jetzt durch den Tunnel. Hi Prompto. Was willst du von uns? Äh. Ja. Ich schätze mal wir sind schon unter einen Kilometer. Moment. Genau. Oh. Nein doch nicht. Äh. Ja. Ähm. Oha. Ach ja. Wegen dieser Stelle. Stimmt. Weil wir können sonst nicht runter. Und ich würde sagen wir übernachten jetzt schon mal. Und wir angehen auch noch jetzt wegen in der Nähe. Die Quest ist in der Nähe und ja. Was ist ein O-Ba-Was? Genau. Hier. Ja. Das stimmt. Und fahren ist sehr gefährlich bei Nacht. Aber später schaffen wir es sogar sehr gut gegen sie anzukommen. Aber erstmal aus Trotz. Weil naja. 104 sagte ich doch oder? Dann brauchen wir insgesamt und äh 95. Ja. Aha. Da würde ich sagen übernachten mich hier mal ne? Genau. Zelten. Ja. Zutaten. Ja. Zutaten. Gut. Ah. Offensive A. Ich dachte S. Aber das war bestimmt wegen Wartemodus. Oh. Sonnenuntergang. Äh. Das hat mir noch nicht. Ähm. Wir nehmen dieser Kraut. Und ja. Dann weitermachen ne? Gut. Feuriger Bohneneintopf. Ist das nicht schön? Ich mag keinen. Ich mag die Bohnen nicht so sehr weil es riecht danach sehr sehr streng. Und da muss man am liebsten lüften. Ja. Oh. Okay. Sieht nicht toll aus. Nein. Wow. Was für ein Bild. Perfekt. Moment. Moment mal. Ansehen. Haben die Chikopos überhaupt Augen? WTF? Okay. Hat gerade irgendeines Ohr gesagt. Oder habe ich es mir gerade eingebildet? Okay. Ah. Alles klar. Hm. Hallo. Oh. Prompto. Was ist? Leibgerichte. Oh. Ja. Stimmt. Ja. Ja. Moment. Irgendwo muss hier noch die Quest sein. Huah. Oh. Leider hast du nicht gegleitet mein Freund Chikobo. Wow. 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 Hier ist was. Und was müssen wir angeln jetzt? Mokkriperle. Hi. Hi. Ja. Und zwar. Ja. Kirschkamperelle. Oha. Oha. Hoffentlich. Spinnenseide. Hm. Muss ich auch mal wieder angeln. Äh. Angeln. Genau. Kaufen. Gut. Hm. Kirschkampforelle. Moment. Kirschkamm. Ach, komm, nehmen wir das. Ähm, Dankeschön. Ah, das geht doch noch. Äh, Kirschkamm-Forelle. Ey, komm. Komm. Kirschkamm-Forelle. Ich möchte dass du kommst. Komm her. Perfekt, komm her. Geil, wicher Fisch. Ich fange dich. Genau. Ich weiß. Gut. Oh. So. Was kommt jetzt? Du wirst jetzt sterben. Äh, nicht sterben, sondern ich würde dich jetzt einholen. Dankeschön. Ähm. Eigentlich wollte ich keine Regenbogen-Forelle. Ich wollte eigentlich eine, ähm, Kirschkamm-Forelle. Da ist es bestimmt. Nein. Da hinten. Komm her. Nein. Da ganz hinten, schätze ich mal. Hi. Du bist das ganz bestimmt, oder? Komm her. Oh. Das ist der. Glaube ich. Oh. Der ist aber auch noch richtig stark. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh. Schon 500. Haltbarkeit. Alter, das ist der. 100 pro. Muss er sein. Wenn nicht, dann finde ich es unfair. So. Du bist tot. Äh. Warum sage ich immer, du bist tot? Ja, das ist unser Fisch. Oh. Wow. Dabei wollte ich keine Regenbogen-Forelle. Great job, Knocked. Oh. Äh. Nice work, dude. Ja, Mann. Toll, Spinnenseide. Hm. Ich glaube, da ist es. Hoffentlich. Fischi. Komm her. Wenn du nicht kommst, dann spring ich ins Wasser und töte dich mit einem Blitz in Magie. Und da haben wir geröstet einen Fisch. Wir kommen sonst. Hallo. Wie mich Fische manchmal auf die Nerven gehen. Die nerven manchmal so sehr. Obwohl. Warum nicht dieser Fisch? Fahre ich mich. Hm. Moment. Dann versuch mir mal das. Nein. Obwohl. Moment mal. Hi. Ja, komm mal her. Irgendein Fisch. Ich weiß nicht mal welcher Fisch, aber komm mal her. Oh, ist das der? Oh, das ist der Fisch. Das ist der Fisch. Ja. Ja. Ihr seht schon, die Fische werden immer schräger. Ja. Los. Die Fisch-Saison hat angefangen. Angelsaison. Verdammt. Und ich fang an schon zu schwitzen. Weil mein Joystick, also mein Finger tut schon weh. Weil ich schon den Joystick so sehr ducke. Ich weiß. Und später kriegen wir in 5 Minuten gerade mal 10% einer. Oh, das ist der Fisch. Oh, das ist der Fisch. Oh, das ist der Fisch. Dann mach ich's mal langsam. Dann mach ich's mal langsam. Ja. Natürlich ist er schwer. Okay. Jetzt mach ich's mir jetzt mal langsam. Und... Nee, ich lass ihn lieber ankommen. Ich will nicht, dass er meinen Köder frisst. Obwohl... Ich will nicht aufgeben. Moment. Oh, mein Joystick, mein Finger. Ich weiß. Ich weiß, Gladius. Wieder... Tut mir leid, Leute. Oh, verdammt. Ganz knapp. Oh, Mann. Halt den Mund. Mann, jetzt ist mein Köder weg. Mann. Nochmal bitte... Muss ich mir wieder einkaufen gehen. Angezogen. Angezogen. Aber darauf habe ich keine Lust. Oh, Mann. Mocki. Ja, jetzt geht es, oder was? Fisch. Du da unten. Komm mal hoch. Oh, Mann. Komm, her. Sie sind ja alle gleich. Nö, dann will ich erst recht nicht. Ja, und der eine verfolgt mich immer noch. Genau. Flüchten. Da würde ich sagen... Mach mir die andere Mission. Und... Ja... Das ist jetzt wirklich sehr blöd gelaufen. Oh, was wollt ihr noch? Oh, was wollt ihr noch? Wer will... Wer will mich jetzt nerven? Und wie soll ich das machen? Okay, ich muss wirklich langsam einkaufen gehen. Okay. Hallo. Ich will keinen Schaden von 0,1,5 haben. Wie soll ich das machen? Ich weiß nicht mal, wie das geht. Oh. Die sind ja schon tot. Hä? Haha. Ja, weiter. Moment mal. Ist das jetzt diese Mission, die ich so nervig finde? Uh. Das sind die starke Monster. Schätze ich mal. Jetzt wird es ein harter Kampf, sag ich mal. Weil... Das werdet ihr gleich selber sehen. Weil... Die sind... Ganz schön heftig. Weg. Dankeschön. Okay. Oh nein. Nein. Ja, das meine ich. Und jetzt guckt euch, was passiert jetzt. Oder auch so. Nein. Ich warne euch. Wollt ihr nicht? Nein. Jetzt kommen auch noch die Soldaten. Ey. Ja. Weißt du? Die sind jetzt nur noch kleine Fische für mich. Kleine Mückenstiche. Okay, doch. Nicht so sehr, aber... Ja, los. Einfach alle schlagen. Gut. Einfach draufschlagen. Oh, super Regenator. Ich weiß nicht, wozu ich das brauche, aber gut. Weg. Weg. Die sind kleine Fische für mich. Wisst ihr das? Warum greifen die eigentlich nicht die Imperialisten an? Das freu ich nicht immer. Warum immer uns? Was? Ja, genau. One Shot. Und dann stirbst du. Oder was? Leid, Leute. Ich bin ein bisschen... Sagen wir mal angepisst. Wegen... Sagen wir mal so. Oh. Oh. Warum dort? Ich habe woanders gezielt. Wegen... Wegen dem Köderschlucker. Noctis. Äh, ich meine Gladios. Sieben von neun. Oh, jetzt stirbt mal. Okay. So, könnte ich jetzt mal sterben? Okay, jetzt reicht's mir langsam. Du wirst jetzt sterben. Gut. Du stirbst jetzt. Oh, dankeschön. Und du jedenfalls auch. Dankeschön. Mann. Okay, du bist tot. Du bist tot. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Hm. Gut. Ähm, warum laufe ich einfach, wenn ich nicht Schoko berufen kann? Also Ryan. Und du? Hör mir, wie ein Topmodel rumzulaufen. Mensch. Man merkt schon, dass ich ein bisschen schlechte Laune habe, aber... Das kann passieren. Ist nicht eure Schuld. Das ist, äh, wegen dem... dummen, ähm, ja... Fisch. Und ich sollte mal mal Sachen verkaufen, damit ich mal Dings machen kann. Okay, ich würde sagen... Wir, äh, gehen jetzt dorthin. Und wenn wir dort angekommen sind, dann hören wir auf. Mit ein paar... Nee. Nee, weiter. Nee. Ich sollte uns suchen, aber... Nee, ich hab keine Lust auf euch. Aha. Gut. Was kommt jetzt? Alter, ich könnte hier hoch. Hier ist der Spot. Jetzt, um den Stein zu finden. Too bad, dass sie alle gleich sehen. Okay, ich würde sagen... Wir bleiben hier oben. Und wie es dann weiter geht... Sehen wir dann im nächsten Part. Aber ich muss erstmal hier runter. Äh, hier runter. Nee, äh, Moment. Okay. Wie es dann weiter geht. Und... Sehen wir dann im nächsten Part. Ciao, Leute.